Hallo Leute und ein herzliches Willkommen zu meinem nächsten Video Leute, wir sind wieder auf meinseh.net Wir sind heute alleine, aber Leute, wir sind heute BadWast121 wieder gegen eine Wendenperson Ihr seht es heute, ich bin jetzt schon in einer Runde drin Ich habe ihn in Wenden einfach so angeklickt und mal gucken, wie der heute so spielt Ich habe gerade einen sehr hohen Ping schon wieder, leider Gottes Aber ich spiele heute genickt und ja, ich habe ihn abgekliefst gehen, wie man schon gesehen hat Aber egal Leute, ich werde mich auch nicht ernicken heute, mal gucken, ob ich da heute mehr Glück habe oder so, keine Ahnung Ähm, ja Ähm, Leute, ich möchte nochmal auf das Video, ähm, von gestern nochmal reagieren Ähm, ihr habt ja in den Kommentaren geschrieben, ist das ein Abrilscherz, habe ich so gelesen Ähm, Leute, das ist kein Abrilscherz oder so Was? Weg mit dir Weg mit dir Ich bin auf jeden Fall nicht eingespielt, Leute Ähm, wir haben es sehr, sehr zeitig und so Also, ich bin doch gerade erst aufgestanden Oh mein Gott, nice Ich bin doch gerade erst aufgestanden und Ja, also Wenn ich hier gerade Ja, okay Man sieht's, Leute, ich bin nicht eingespielt Aber viele haben auch mir in den Kommentaren geschrieben, warum wie Also, ich habe das gelesen, ne Ähm, und wie der ihr da mir gedacht habt, dass Real ist oder Also, also nicht ernst ist Und keine Ahnung, was ihr da Oder was da vor Behauptungen kam und so Leute, das ist wirklich ernst und so Nein Oh, oh, das ist gar nicht gut Oh, oh, das ist gar nicht gut, was ich gemacht habe Oh, oh Oh mein Gott, nein, nein Ich muss den runterkriegen Nein Oh, scheiße, okay GG Okay Ähm, also Leute, das ist wirklich passiert Ähm, der Server gelöscht wurde Spiel mir nochmal gegen die Person Wir sind mit der anderen Person in der Runde drin Der andere wollte ja jetzt gerade nicht mehr Äh, ging einfach auf K Aber egal Haben uns einfach einen neuen geschnappt und so Und ja Also, Leute, ähm, nochmal zum Mitschreiben Ähm, der Server wurde jetzt wirklich gelöscht Aber keine Sorge, Leute Ihr habt das auch ein bisschen so verstanden Ähm, es ist Schon wieder, schon längst Ein Server schon wieder am Start Also Keine Sorge, Leute Ich, ähm Es Ich bin schon wieder bei einem Server mit dabei Ähm, und Ja, ähm Also, ich kann das ja nochmal so ein bisschen erklären Nein, doch Ähm, das war's so Ähm Also Leute, ich kann Es fällt mir einfach schwer, dass Ach, ich bin noch so blöd Oh mein Gott Was kannst du eigentlich? Mir fällt es einfach schwer, das so alles zu erklären Weil Ich finde das einfach nur schade, was passiert ist Und Ja Aber Leute, ähm Und zwar Ähm Ihr solltet es ja auch verstehen, also Und Ja, also ich habe so Bin Ähm Wir haben so mit Elias so Leute, ich kann das einfach nicht euch erklären Das ist Es fällt mir einfach zu schwer Und es hört vielleicht komisch an, aber sorry Ähm Das ist einfach nicht mein Thema jetzt gerade, also Ja, ihr müsst wissen, weil mit Elias und so Dass Ich finde das alles einfach schade Und Was passiert ist und so Weil ich wollte einfach nur Ähm Ich wollte einfach nur, äh Mir einen Stopp machen mit dem Server und das alles beenden und so Ähm Ich einfach woanders einsteige und So, okay Ja, das war doof von mir Und Ja, und dann hat er einfach die Freundschaft, äh Beendet Ja, ähm Kann man nichts dagegen machen, aber Finde ich echt schade Aber egal Ähm Ich habe so zu Sozusagen Ähm Der Mann hat mir Ein gutes Angebot gemacht Sag mal mal so Am besten Das hört sich am besten so an Und Ja, bei Bei den neuen Server jetzt Wo ich mitmache Ähm Ist einmal der liebe Wolf Den kennt ihr ja von YouTube und so Er ist dann einmal ohne Ähm Dann auch so ein netter Typ Äh, ich darf Ich weiß noch nicht, wie ich den Ähm Ansprechen darf Öffentlich Sozusagen Also Ähm 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 Beim nächsten Mal und so Ähm, und da kann ich ihn ja Mal Da kann er das ja dann mal erklären Ohne stottern und so Wenn ihr das natürlich wollt Ich habe da mal in den Kommentaren Euch das überhaupt interessiert Und der geht glaube ich unten lang Ja, okay, geht auch Er darf nicht bauen Und Nein, 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 er spricht Und Oh mein Gott Der hat noch einen Block da unten gesetzt Holy Shit War das gerade knapp So Hä Achso, hier ist ein Weg Okay Ich habe mich gerade schon gewundert Wo sein Weg ist Hä, der kommt ja schon wieder hoch Was WTF Was ist das für ein Schwitzer Das Problem Achso, nee, das Okay Okay, okay, okay Ich will einfach nur sein Bett haben Und weg mit dir Hallo Oh, Alter Was war das denn gerade GG Nice So Richtig nice Ja, Leute Wir sind jetzt wieder mit einer Ganz anderen Person Wie da drin Äh, in der dritten Runde Ähm, wir stehen jetzt schon wieder Auf der gleichen Map Wie in der zweiten Runde Ich weiß jetzt nicht Wie die Map heißt Aber Spiel auch keine Rolle Ähm Ja, ich denke mir mal Ich werde jetzt Sie bestimmt wieder easy Locker gewinnen In der Tat Nein, Spaß, Leute Ich strebe mich auf jeden Fall an Ähm Ich will ja nicht mit Absicht verlieren So zu sagen Ähm Und Ja Ja, Leute Ähm Ich könnte mir gerne mal Bitte in die Kommentare Mal reinschreiben Natürlich nur, wenn ihr wollt Ähm Ähm Also Ähm Ich brauche unbedingt Hilfe Was ist das denn jetzt für ein Scheiß Was macht der denn Also es wäre echt cool Wenn ich mal von euch Hilfe bekomme Äh Irgendwie Keine Ahnung Ähm Oh mein Gott Alter Junge Der fuckt Das ist ein richtiger Abfucker Menschlich gesehen Ziemlich abstoßen Ich bin so ruhig abfuck Ach scheiße Was mache ich denn jetzt Bitte helfen Sie mir Ich bin in Gefahr Bitte helfen Sie mir Oh mein Gott Nein, oder Nicht mal kopf Das ist eigentlich scheiße Aber das würde es gar nicht gut ausgehen Von mich Hoppon Hallo Ja Nein Oh mein Gott Ja Leute Mein Stick war schon wieder nicht auf der 2 Ach das ist richtig doof Ist gerade ausgegangen Ah egal Ähm Es tut mir leid Leute Dass gerade so dumm ausgegangen ist Ähm Ja Wir haben es auf jeden Wir haben es ja sehr sehr zeitig und so Äh Ich denke mir mal an das Äh Einfach lag Und ja Aber Leute Schreibt mal mir bitte in die Kommentare Ähm Ihr irgendwie euch mit OBS oder so auskennt Das wäre mal richtig cool Wenn ihr mir das äh Sagen könntet Irgendwie keine Ahnung Ähm Wäre echt cool Von euch Ähm Also Wer sich da auskennt so ein bisschen Schreibt es gerne in die Kommentare Und Ja Ähm Weil ich möchte ja wieder live gehen und so Und ich bräuchte dann eine Ich müsste dann eine ganz ganz wichtige Einstellung Äh Wissen Weil ich muss da etwas ändern Weil sonst ist die Verbindung weiterhin so schlecht Und ja Ja Leute Hoffentlich hat euch das Video gefallen Wenn ihr nervt ist doch gerne mal ein Like da Zum Schluss kann ich mich auch gerne nochmal entnicken Und wer Bock hat folgt mir gerne bei Twitter Instagram Und wer natürlich mich auf YouTube abonniert Er tut meine Armee beitreten Hashtag 6x7armee Und wie gestern schon in dem Video gesagt Angesprochen Ähm Es werden weiterhin Infos von den Server Ähm Demnächst einfach in den nächsten Videos und so kommen Ähm Nur jetzt sind wir noch am Plan und so Also kommt noch Jetzt Bisschen weniger Aber das kommt noch alles Ähm Weil ich denke mir mal bei euch sind noch sehr sehr viele Fragen offen und so Ähm Das wird alles noch kommen und so Ähm Und Bleibt einfach dran Tut einfach die Glocke aktivieren Ja Und nichts verpassen tun Und ja Ich würde auf jeden Fall erstmal sagen Habt euch einen schönen Tag Macht's gut Bleibt cool Und Ciao Magics never die When the world's calling you Can you hear this dream It helps you Magics never die Baby, come and follow you Every time you create stories